So Freunde, der Box Battle geht weiter. Diesmal mit der Kampfstil Top Trainer Boxen. Einmal die rote und die blaue. Wir fangen gleich mal mit der roten an. Ich habe schon mal die Verpackung aufgemacht. Da haben wir einmal ein Heft drin mit allen Karten die es in dem Pack gibt. Dann die Box. Neue Spielregeln. Dann haben wir 8 Booster Packs. Schadensmarken und Würfel. Energie Pack und natürlich eine Code Karte. Kartentrenner. Und Sleeves. So, wir wollen ja die Busse öffnen. Gehen wir gleich los. Psyau, Quabbel, Klonkett, Spoink, Molunga ist die Reverse. Und Mimigma V ist die Rare. Bisschen Platz hier. So. Alles auf den Boden werfen. So muss das sein. Linfo, Kikugi, Pachirisu, Habistak, Remorite, Rammus ist die Reverse. Hoppala. Da ist Hundemon als die Holo Rare. Die ist glaube ich ziemlich beliebt die Karte. Also zum Spielen auf jeden Fall sehr gut geeignet. Tosca, Bronzel, Molunga. Skogga, Pupanzel und Verkokel die Reverse. Und die Raze. Und die ist Aquacquallup. Apoquallup. Das fing aber einfach auf. Fokus, Fokus. Schlo. Ja komm schon. Schlo. Man sieht die Raze. Witzchen! Ja. Der aus dem Kloppen! Ja. Sper. Schlo. Und der star. Zylander. Sensekt! Ja. da. Bzihau ist die Rare. Ja, ich meine die Revers, zack, die Reels, Le Pumentas. Onyx, Ofensa, Menki, Galapantimos, Salanga, Waggon und Rasa. Noch zwei Packs, weil die Ausbrüte ist, nüchtern würde ich sagen. Galapantimos, Buchpanzer, Senzakt, Legios, achso Legios von die Rare und Senzakt war die Reverse. Last Deck. Flagel, Menki, Sepia, Palim Palim. Galapantimos als Reverse, na. Und genauso die Holo Rare. Ja, also. GZ. Ausbeute aus der roten Box. Miming War V. Hundemon Holo. Und Kinoso Holo. So. Dann gleich die blaue hinterher. Hier haben wir dasselbe. Also einmal die Karten. Die es im Set gibt. Dann die Box. Regelheft. Acht Booster. Natürlich Würfel und Schadensmarken. Energiekarten. Karten. Karten-Trenner. Und der Coke natürlich. Und natürlich das Beste ist dies. Dermaport. Habitak. Onyx. Knopf Fender. Panthemas. Reverse ist die Urne der Vitalität. Und Kapuriki V. Fängt gut an. Begelech. Begelech. L-L-Tec. Sanne-Kondansy. Reverse Rare. und nochmal Legios als Rear, na, so, so, Remoraid im Mantel, Flunkkiefer, Manki, Sepia, Luxor ist die Reverse und die Rear ist Vivilon, ok, Vomel, Galapantimus, Spoing, Flunkkiefer, Tuska, Groenke, Steelverse und die Rear ist Manolit, und die Rear ist RAPFEL-V. Ok, die blaue Box ist auf jeden Fall von den Hits her besser, aber das kommt natürlich immer auf das Glück an, heißt nicht, dass die alle blauen Boxen besser sind, haha. Aber in dem heutigen Fall auf jeden Fall, Pachirisu Habitat, Stalos als Silverse und Lepumentas ist die Rear. Zwei Päckchen haben wir noch. Koppel, Klontet, Spoing, Tuska, Bronzel, Ibitakti, Reverse und Inferno, Potty, Rear. Onyx, Remoraid, Tsubat, Shilwap, Voldi, Palimpa Limisteria, äh Reverse, sorry, und Kramo V. Wow. Läuft. Richtig geil Karte. Machst du das sehr gut, fast ein bisschen rechtslastig, aber ok. Wir können nochmal die Dreierblister öffnen, machen wir auch noch schnell. Wenn es schnell geht, wird ziemlich gut verpackt. Da müsste mir eine Schere oder sowas zur Seite legen hier. Jawoll. Da haben wir einmal drei Päckchen, eine Promokarte, diesmal einmal Blitzer und einmal Evoli und eine Spielmünze. Drei Buster Päckchen, die Promokarte, ein Code natürlich. Einmal Blitzer ist die Promokarte. Flonk, Paraktibike, Tusk, Flonky for the Reverse und Lipomintas, die Rare. Sehr gut. Den haben wir erst schon ziemlich aufgezogen. Gravokles, Flonk, Kamera. Hallo. Jawoll. Und Psyogon ist die Rare. Polo Rare. Gas geben wir. Na. Na. Und schon wieder der Gute. Ok. Nochmal eins. So. Da haben wir auch einmal drei Packs, eine Spielmünze, die Promo Averly und ein Code. Die Linfu Knopffenzer, Molung Kramwax, Puponcho, die Reverse und die Rest Knogger. Oh, wir haben vergessen den Code rauszumachen. Egal. Gibt es jetzt noch einen Code? Die Mantis ist die Reverse. Und Legios ist schon wieder die Rare. Last Pack. Dauert diesmal bevor ich den vergesse. Zubat. Habitak. Durenguard ist die Reverse. Und Evoltek. Elivoltek, sorry. Die Rare. Okay. Das war's. Die Hits aus zwei TTBs und den beiden Dreierblister. Nicht so berauschend. Aber wenn man das Set komplettieren möchte, auch die Promos dazu haben möchte. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Untertitelung des ZDF, 2020